Hast du einen? Ich hab einen. Ich hab einen. Toll und ich kann nicht bauen. Warte, warte. Achso, das sind zweimal lange Stöcke. Und du hast die Blätter auch mal da? Ah, warte, hier ist noch einer. Ich hab einen. Ich weiß, du hast mich fast geschlagen. Da, nee. Ja, doch. Ich sorg mich hier nur um deinen Wohler gehen, okay? Palmenblätter. So, Palmenblätter. Ja. Wie viel kann man denn da aufheben? Also ich hab fünf... Sechs. Hab ich jetzt schon mal. Drei. Okay. Ich brauch noch sechs Stück. Drei hab ich. Hm. Okay. Jo. Achso, äh, soll ich vielleicht schon mal ein bisschen Zeug hinlegen? Ja. Wobei mein Gesundheitsbalken eigentlich passt. Wie kann ich denn erkennen, was das für Symbole da unten sind? Musst du in deinem Buch nachgucken. So Flecken. Ach, scheiße. Das sind Bananenblätter. Gehen die auch? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaub nicht. Hier ist noch ein Palmenblatt. Noch zwei Stück. Das Problem ist, meine Energie ist quasi leer. Hm. Meine auch. Oh oh. So, ich wollte doch Zeug wegschmeißen. Du musst mich einfach, als aufheben, bitte. Mal gucken, ob es noch reicht, einen Baum zu fällen. Ja, müsste eigentlich. Also Bananenblätter gehen nicht, ja? Nee. Wie viel brauchen wir noch? Zwei, ne? Ja. Ja. Alles kein Problem. Okay. Danke. Jo. Oh, ich bin dreckig. Witz nicht genau. Ja, muss ich. Aber ich muss erst Blutegel wegmachen. Okay. So, warte. Das ist voll blöd, aber dass wir nicht im gleichen Zeit gleichzeitig pennen können. Ja, stimmt. Überall anders kannst du das auch. Ist halt ziemlich groß. Okay. Okay. So. Hast du gespeichert. Ich schau mich dann auch kurz hin, ja. Ja. Wie witzig. Ich hab immer anders gespeichert. Naja. Ich verstehe nicht, warum meine Gesundheit niedriger wird, nur weil ich penne. Das weiß ich nicht. Ich muss sich aufpassen, dass ich nicht sterbe, wenn ich schlafe. Hast du noch zwei Stöcke? Ähm. Kleine oder normale? Normale. Ne, ich hab nur kleine. Okay. So. Aber es scheint alles weg zu sein, bis auf das, ja, bis auf das eine. Das klingt doch gut, oder? Ja. Ich will mein Zeug wieder einsammeln. Kannst du ein Feuer machen? Äh, ja. Ich hab tatsächlich das Zeug dabei. Oh, ne Eisenader. Ja, genau. Ja, genau. Das wollte ich dir noch zeigen. So. War vielleicht richtig clever, das da hinzustellen, aber ja gut, man kommt ja auch durch. Ich würde nämlich mir ein Fleisch drauf machen. Ja, ich würde mir auch eins drauf machen. Wenn es okay ist. Ah, hast du dabei. Ich hab Stein. So ne Krabbe. Ja. Ah. Ich muss mich äh, waschen gehen. Ja. Das musst du. War da unten nicht. Hey. War da unten nicht irgendwo Wasser? Ich meine, es regnet gerade. Wie schwer kann es sein? Und äh. Na? Was denn? Ich verstehe es nicht. Wenn es doch hier schon regnet. Aber hier unten ist glaube ich war. Ne, es ist kein Wasser. Scheiße. Das sind halt Sachen, die verstehe ich nicht. Hm. Jetzt hab ich mich verlaufen. Hä? Du bist doch noch gar nicht lang weg. Ja. Da ist ne Höhle. Ah, ich seh dich. Okay. Na, wer meint. So ein Stock wär nice. Ey, deine Krabbe ist fertig. Oh ja, Moment. Naja, Moment, sonst verkohlt sie dir. Warte, ich nehm sie mal auf, ja. Ich bin auf dem Weg. Jetzt bin ich schon wieder überlastet. Ja, ist ne schwere Krabbe, ne? Ja. Komm, komm. Gut, 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 gut. Ja. Nice. Danke. Tada. Oh, 36 Proteine. Nice. So. Hier macht man sich nochmal so ne Spitzhacke. Das war doch relativ simpel, ne? Äh, Kuhrad. Stein Axt. Ah, ich hab kein Seil. Brauchst du ein Seil? Ja, kann ich grad mal ein Seil haben, bitte? Ja, aber es war nicht mit... Oh. Ich werf dir mal eins runter. Wie siehst du das vor mir? Kommst du da dran? Ach, da. Ah, da. Ja, danke. Hm. So, das da... Schwache Fackel. Das da und das da... Ne, das war ne Axt. Was war's? Das ist ne Axt. Das ist ne Axt. Aber es war ne Hacke. Da. Äh, gespitzter Stein. Ein Stock und ein Seil. Ah ja. Danke. Bitte. Nice. Was geht jetzt los mit dem Bergbau? Oh ja. Lehmschmiede, hm? Ja. Ja. Aber ich hab da jetzt nur zwei Stück rausgekriegt aus dieser Ader. Ja, ich auch. Also hier war noch eine. Ja. 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 I'm thirsty. Nee. Hm. Na ja, gut. Verstehe. Oh nein, was... Ah! Was? Was? Schlimmschmiede. Was ist denn jetzt? Was hab ich denn jetzt schon wieder? Was? Was? Sag mir bitte nicht, weil ich durchs Feuer gelaufen bin. Oh. Die sind immer noch dreckig. Hast du jetzt Verbrennungen oder was? Ah, weiß nicht. Ich hab auf jeden Fall ne Wunde. Ich seh noch nicht, ob die eitert oder nicht. Nee, sieht frisch aus. Gut. Was ist Survival-Profi hier? Hehe. Ich kann Verbände. Das kannst du. Warte mal. Ich warte mal. Ja, also... Was machen wir jetzt? Ja, weiterlaufen, oder? Okay. Bist du da? Ja. Wirklich. Warte. Ich wusste... Was brauchen wir denn eigentlich für unseren... für unsere Drogen? Lianen und... Psychotria viridis. Blätter und rote Früchte des Buschs. Ja, also ne Blume mit roten Bären dran. Das sieht man im Dunkeln bestimmt ganz toll. Ja... Ich brauch was zu trinken. Hm. Ja, ich auch. Was? Was? Ich hab grad ne Knochen-Nadel hergestellt. Aus... Knochen-Nadel. Ja. Ja. Damit kannst du dir die... äh... Würmer rausholen. Geil. Warte mal, du bist falsch ab... Also, ich bin falsch abgebogen. Ich komm grad mal zu dir. Ah, bin ich richtig abgebogen? Weiß ich nicht. Okay. Okay. Aber ich komm einfach mal zu dir. Ah, hier ist Wasser. Ich geh mich kurz putzen. Ja, fein. Mhm. Ich bin da. Ah, hier ist das wieder mit diesem Kletter-Dings. Ne, ist ein neuer Ort. Neuer Ort. Okay, sorry. War keine Absicht. Aber da brauchst du auch eine Kletterseite. Aber wo sind wir denn jetzt? Das sehen wir es ja. Ah ja, wir sind gar nicht weit weg von zu Hause. Oh, sehr gut. Das heißt theoretisch, wenn wir da lang laufen... Oh. Wieso schmeiß ich die denn immer? Soll ich kurz warten? Voll. Ne, alles gut. Ich scheine doch alles zu haben. Was war das? Ich hab auf den Boden gehauen. Ach so. Neidisch? Ne. Ich hab... ne Steinklinge und Tannenzapfen gefunden. Okay. Vielleicht bin ich hier mal verreckt oder so. Oder du? Weil... Oder? Was ist das hier? Ein Wasserfall. Oder was? Oh, ne. Du bist woanders. Ach so, es sind einfach nur Steine. Warte mal, hier sind rote Früchte. Ne, rote Blumen. Me. Scheiße. Ah, hier, ja. Aber nur Blumen. Nicht Früchte. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Was hab ich mir denn jetzt schon wieder einge... Oh, meine Frösse. Du müsstest mich vielleicht kurz aufheben. Was hast du? Äh, ich habe... Weiß ich nicht. Irgendwas hab ich. Ich hab schon wieder ne Wunde. Ich raste gleich aus. Oh, wir sind daheim. Moment, ich muss kurz Wunde verbinden. Ich würde schon mal in Richtung nach Hause laufen, weil mich nockt es gleich aus. Alles klar. Ich habe mich noch so gedacht, das ist so wie Scheinwerfer, wie Stadionlicht hier. Okay. Wegen den Blaupausen oder was? Ja. So, wenn ich jetzt nirgends... Ah ja, das hat funktioniert mit dem Regenwasser. Wenn ich jetzt nirgends reintret, dann ist es schon mal gut. Oh, ich habe Blutegel. Warum sagt mir das niemand? Oh, ich habe schon wieder irgendwas. Aber es diesmal. Wurm, Krebs, Blutegel, okay. Hä? Ja, was denn noch? Welcher Depp läuft denn auch mit kurzen Hosen hier lang? Ja, Entschuldigung. Oh oh. Was denn? Hey. Ah, da war noch einer. Okay. Was machst du denn da? Ich habe gelegen. Danke. Ja. Oh, ich bin überladen. Sehr gut. So. So, ich kann ja ein bisschen was in die Kiste machen, wa? So, guck mal das. Können wir noch stacken. Können wir noch stacken. Was haben wir noch zum stacken? Knochen. Kann man nicht mehr stacken. Hast du noch zwei Stücke? Ähm. Ja. Hab ich. Gotti. Oh, dankeschön. Bitte. Oh. 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 Getrocknet. Oh. 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 Weiß nicht. Sehen wir dann. Ich hau mich sogar mal hin, ne? Oh, es hat nicht geklappt. Das ist kaputt gegangen. Kaputt gegangen? Hä? Okay. ja der handbohrer scheint weil ich im regen war jetzt ist aber selbst kaputt gegangen weil haltbar keine einbruch kannst du mal komm ich bin zu dumm hier schmeißen noch fasern dazu ich lege mich kurz hin alles klar night night schlaf gut herr wo ist der jetzt habt ihr noch aufgehoben na beim feuersymbol wer ist ja doch das unsichtbar du warst zu müde dafür ok jetzt ich habe irgendwie das gefühl das war nicht richtig ruhiger schlaf aber wie das war nicht richtig naja ist immer noch so sterbe ich denn jetzt gleich ich muss meine kokosnusschalen rauswerfen ich habe auch noch was ganz tolles eben im wald gefunden was denn tschuldigung toten papagei lass mich bitte an die kiste ich sterbe gleich ok was man das irgendwie es hat gescheppert ich habe mir gehört auch schützt hier ist nie aber ich weiß nicht warum ich kann jetzt sagen ich brauche es nicht so immer deine ach so stirbst du nicht hatte ich glaube ich muss nur was trinken ok dann nennen deine scheinen wieder ich würde sagen wir machen feierabend ja wieso noch zehn minuten dann haben wir doch zwei folgen das sind auch so schön zwei folgen mensch ja kann ich noch was trinken klar das dschungel leben ist so anstrengend da muss man öfter mal häuschen machen warte nein ich hab's verschüttet ich hält du bist ganz schön alt geworden du ja das musst du gerade sagen so ok wie schaut es aus was sagt die uhr naja ok nix gut habe ich noch nein laut der uhr ist man irgendwie eh nie gesund also na gut dann machen wir wohl beim nächsten mal weiter dann bis zum nächsten mal tschau